Ich bin mir wieder ein bisschen unschlüssig, ob ich das nicht gerade schon erwähnt hatte, dass man damit den Himmel wirklich komplett ausweisen kann. Auf eine künstliche Art und Weise. Also das hat mit normalen Wolken überhaupt nichts zu tun hier. Da fängt denn so etwas Ähnliches an wie normale Wolken, die sich denn aber nicht gebildet hätten, wenn nicht diese ganze Scheiße darüber ausgebracht wurde. Ich hefte mal noch das Satellitenbild an, was deutlich macht, dass das nicht normal ist. Auch keine Kondensstreifen von normalen Flugzeugen.